So, willkommen zurück bei Mario & Luigi Superstar Saga. Beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben. Haben erfahren, dass Luke Miller die alte, miese Kröte die Sternbohne klauen will. Und jetzt müssen wir erstmal Königin Marmella behilflich sein. Zur Hand gehen ein bisschen. Und zur Hand gehen heißt, ihr wisst es ja, nichts Gutes. Also, auf zu unserem nächsten. Mein Gott, zu spät. Die Sternbohne ist... Die Sternbohne ist im Palast. Was weiß ich, was die gerade gesagt haben. Wenn die Sternbohne mit Piepsstürme erweckt wird, wird Luke Miller sich Weltbeherrschen können. Übrigens, ich habe gehört, ihr beiden habt Königin Marmella noch nicht gebührend begrüßt. Let it up. Wie unhöflich von euch. Nicht wahr, eure Hoheit? Trink doch einen Tee zusammen. Erörtert wie die diplomatischen Probleme der Gegenwart. Wird bestimmt lustig. Hallo, Königin Marmella. Was ich davor mal sagen wollte. Willkommen zu unserem nächsten Bosskampf. Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Ja, dieser Bosskampf, als ich noch nicht wusste, wie man den gut macht, war der schwerste auf der Welt, weil ich die immer mit Hämmern angegriffen habe. Immer. Man kann nicht drauf springen. Ihr seht ja diese Krone da oben. Aber was man kann... Ist das. Man kann die Arme angreifen. Das heißt... Dieser Bosskampf ist unglaublich leicht. Wenn man nicht inkompetent ist. Aber wer ist schon nicht inkompetent? Ich bin's. Ihr wisst es doch. Ich bin's. Ihr kennt mich inkompetent, aber... Ja. Jetzt stirbt doch mal, Arm. Ja. Der erste Arm. Ja. Oh nein. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. So. Den zweiten Arm. Der kriegt Platschbüder und Brüder in die Fresse. Wollt. Zwanzig. Wollt weg. So. Und jetzt zu dir, Lugmela. Königin Marmela. Wenn man auf diese Brunnen übrigens drauf springt, ja. Das ist nicht so toll, weil dann da vorne Gegner vor ihr stehen. Pops-Brüder mit dem Extra-Ding. Ich weiß ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie man... Wie man... Macht man das eigentlich? Ach, shit. Nach dem Hitz bekommen ist es wahrscheinlich besser, als drauf zu springen. Wenn man es nicht nur zu oft macht. Aber... Paschbrüder. Ja. Ich mag die Brother-Tacken. Die Brower-Tacken. Wie macht man das? Also, das könnt ihr mir auch immer erklären. Ich weiß es nämlich nicht. Nicht mehr. Ich wollte mir nicht dazu sagen. Ich hoffe, die Brüder nimmt vielleicht nicht wieder Steroide oder sowas. Weil, äh... Das ist ja momentan das Pipifax-Kram. Eigentlich hätte ich den Kampf auch ohne überhaupt getroffen zu werden schaffen können. Aber dazu bin ich so blöd. Blöd. Ich sag immer nur, wie dumm ich bin, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, nein. Nein, Steroide! Nein! Nein! Autsch. Und ich bin wieder mal. Blöd. Ich mag Steroide. Nicht. Nicht. Natürlich nicht. Und der eine Arm ist down. Und... Schon ist der zweite Arm down. Oh, natürlich. Oh, was war das für eine schnelle Attacke? Kenne ich gar nicht. Naja, wow. Das hat genauso viel abgezogen wie meine Brüder-Attacke eben. Nein! Oh, reich. Ich bin glücklich. Ich bin noch nicht einmal auf so ein Ding draufgesprungen. Das habe ich noch nie in dem Kampf geschafft. Aber das Blöde ist, dass ihr da nicht seht, was das macht. Oh, schon. Du kannst doch nicht mehr so viel Leben haben. Bin ich echt so unterle... Oh. Unterlevelt. Guckt euch die Scheiße mal an. Jetzt ist da so eine Bohne-Biene. Die kennen wir noch aus den Bergen, oder? Ja. Die waren damals schon leicht. Yes. Und jetzt haben wir noch die Menü übrig. Tja. Ein Sprung wird reichen. Nadia. Pilze. Sirup. Oh, na. Pilz. Deluxe. Oder DX. Was auch immer ihr sagen wollt. Ich habe immer Deluxe gesagt. Weil... Keine Ahnung. Hä? Hat Mario nicht hochzuleveln oder so? Bin ich wütend? Ja. Ich bin immer. Da war da ein Vier. Oh. Ey. Ich mag dich nicht, Luigi. Du bringst mir wirklich Unglück. Königin Marmela wurde verwandelt, als Lugvillari einen Hämewurm ins Essen gemischt hat. Wenn wir ihre Hoheit nicht heilen... Dann ist das der Untergang des Königreichs Wohnenland. Nein, nein. Was ist das? Was? Mario, Luigi? Ihr beide wollt etwas unternehmen? Oh, ja. Das erstaunt mich. Und es hat keinen Sinn. Oh. Ist der Hämewurm im Körper, wird man ihn nicht wieder los. Eine Möglichkeit gibt es allerdings doch. Tief im Grinsewald findet man die legendäre Cuvier Extreme. Sie allein hilft gegen Hämewurmvergiftung. Tja, warum holen wir die nicht? Ihr wollt in den Grinsewald? Ja. 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 Ist doch alles so lustig. Nun, wenn ihr so groß redet, wollen wir auf Taten sehnen. Bringt diese Bohnenbrosche zum Chateau Grinsewald. Südwestlich von hier. Und wenn ihr im Grinsewald tatsächlich Witzwein findet, besteht die Möglichkeit, dass die Königin gerettet wird. Du gehst die Bohnenbrosche. Oh, lass mal gehen. Guck die Dicke mal an, ey. Hä? Egal sowas. Da lag doch dieser komische Typ hier. Ja, jetzt haben wir mal Königin Marmela ordentlich eins ausgewischt. Und ich will immer noch da durch. Ich hoffe, da ist jetzt nicht mehr versperrt rechts. Oh, ich hab eure verfickte Königin gerade getötet. Oh, hätte ich nicht laut sagen sollen. Ich muss weg. Immer noch alles so fies. Hey, Leute. Hildebohner meint, das hier könnte euch nützlich sein. Ihr höchst den Bohnenorden. Orden? Das hier ist ein Orden. Wer ihn trägt, ist im Kampf etwas stärker als normal. Jeder Orden hat eine andere Wirkung. Aber wenn ihr Orden bekommt, solltet ihr sie auf jeden Fall anlegen. Leg ihn doch gleich an. Öffne mit Selector in Koffer. Ja, ich hab's verstanden. Orden zu benutzen. Ganz einfach hier hin. Ja. Und den Orden. Ja. Gut, Mario legt doch mal den Orden an, den ich dir gerade gegeben hab. Ja, und was ist, wenn Luigi den haben will? Wählt dieses Symbol aus. Hierin befinden sich deine Orden. Hier kannst du Orden auswählen. Aber du hast hier jetzt nur einen Orden. Ja. Danke. Für die Erklärung. Drückt einfach A, um den Orden anzulegen. Ich hab's vor... Das war schon alles. Viel Erfolg noch weiterhin. Ein Orden für Luigi kauft ihr am besten in einem Fachgeschäft. Ach, Luigi. Du bist immer hinten dran. Der ist lahm. Guck mal, der ist völlig gelangweilt. Der weggepennter ist, der das erklärt hat. Kennt ihr das, wenn ihr plötzlich einfach mal so manchmal Hunger auf Schokolade habt oder so? Also nicht, dass ich jetzt Hunger auf Schokolade hätte. Aber einfach mal so. Egal, was aus der Stadt... Was aus der Stadt wird. Echte Prominente werden immer wert auf modische Schick legen. Auf was ist das für ein Deutsch? Und unsere Preise sind durch die Qualität der Waren gerechtfertigt. Was darf es denn sein? Promi-Kleidung. Modische Orden. Bodenohr und Blaumann. Also... Ja... Bodenhose. Gebt mir aber ordentlich Verteidigung dazu. Hier die Lachhose. Also die ist natürlich weitaus besser. Blue Jeans. Achso. Jeans. Holy shit. Also diese Blue Jeans, die sind wirklich ziemlich blue. Blue Jeans. Aber für Ligi werde ich die Blue Jeans nehmen. Aber erstmal muss ich beim modischen Orden gucken. Tja, der Schloss Orden gibt nochmal ein Damage-Boost. Und der Landratto. Eine Empfehlung für Angriff... Mit Bonia-Gravur. Oh, wer will denn so einen Scheiß? Guckt euch das mal an. Angriff von 32 auf 44. Und Brüderpunkte geboostet. Ich hab nur noch 330. Naja. Ja. 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 Jetzt benutzen du E.G. Viel Glück, Luigi. Boah, Alter. Mit den Hosen ist Luigi übelst mächtig jetzt. Robuste Jeans für kritische Aktionen. Kaufen. Jetzt anziehen. Luigi. Oh, jetzt hab ich nicht mehr genug Cola. Tja. Kann ich noch verkaufen? Irgendwas? So, was bringt denn... Boah, der DX. Ey, der Deluxe hier. Action Jeans. 13. Dann bräuchte ich sowieso nicht mehr. Frisch Furzen. Nüsse. Warum will ich eigentlich was verkaufen? Ach, wisst ihr was? Ich... Trist noch einen verkaufen. Oh, ey. Ich will... Nein, gut, einen. Ich bräuchte ihn sowieso nicht mehr. So. Jetzt kann ich nämlich für Mario Promi-Kleidung Lachhose kaufen. Und die will er doch. Die Lachhose ist nämlich ganz wichtig. Was sag ich eigentlich? Ich rede hier nur noch aus meinem... Aus meinem... Ob... Ey, was ist denn gerade los? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Siehst du mal, wie ich... Seht ihr mal, wie ich nachdenke hier? Extrem lässig. Ja, ich hab's verstanden. Ich will doch einfach raus. Nur gucken. Kostet nicht viel Zeit. Ich hab dir all mein Geld gegeben. Was willst du eigentlich von mir? Ja, ihr seid immer noch alle Tote, alle Tote, alle Tote, alle Tote. Ja, ja, ja. Bah, 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 bah. Bidup, 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 bidup. Bidup. Ah, ich weiß noch alles. Ich muss... Also jetzt gehe ich erst mal zu diesem komischen Platz, wo ich die... Oh. Ich wollte zwar gegen den kämpfen, aber so nicht. Komm schon im Fall runter, ja. Das hast du aber auch verdämmt noch. Bidup, Schweine. Tja. Jetzt greifen wir an. Tja, jetzt siehst du alt aus, wa? Tja. Mal sehen. Hat gerade Luigi mehr Schaden gemacht als Mario? Ernsthaft? Die ist ein richtiger Braus. Tja, ihr fragt euch immer noch, was diese komischen Kreuze da auf dem Boden sind. Finden wir es heraus? Komm, wir gehen das jetzt herausfinden. Und das hier ist wirklich der mieseste Ort im gesamten Spiel. Hier, hier an dieser... Ach, ich bin doch... Das war jetzt wirklich überflüssig. Absolut überflüssig. Genau wie dieser eine Witz, auf den ich gerade gekommen bin. Na? Was ist flüssiger als Wasser? Komm, ihr wisst es. Was ist flüssiger als Wasser? Flüssiger als Wasser? Das sind Hausaufgaben. Die sind nämlich überflüssig. Yeah! Yeah! Oh mein Gott, der Witz. Oh. Bah, krieg ich nur Orgasmus von, ey. Oh. Entschuldigung. Autsch. Apropos Witze. Einen, den ich persönlich... Den ich wirklich... Den ich sogar ganz gut finde. Ja. Also, der ist jetzt zwar auf Englisch und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt dazu gekommen bin, Witze zu erzählen. Mach ich doch sonst nicht. Aber... Do you know why 8 is afraid of 7? Right. Because 7, 8, 9. Bang! Gut. Oh Gott. Das hat eine völlig falsche Wendung hier genommen, ja. Der Grinsewald ist Naturschutzgebiet. Zutritt ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. Hier, guck mal die Brosche an. Oh, die Wohnbrosche. Nur Ehrengäste vom Schloss Boden erhalten diesen Schatz. Na gut, dann dürft ihr den Wald betreten. Warum seht ihr eigentlich aus wie so Gentleman? Ihr steht doch hier nur den gesamten Tag rum. Unser Witzwein ist von exquisiter Qualität. Und rundem Geschmack genießt ihn in vollen Zügen. Yeah. In vollen Zügen, das kann ich mir wünschen. Oh no. Natürlich. Was ich mich auch mal gefragt habe, warum es in diesem Spiel hier keine Hotels gibt. Die gibt es doch überall. Nur nicht in Mario und Luigi, die Superstar-Saga. Die brauchen keine Hotels. Die brauchen nämlich keinen Schlaf und hier wird sowieso nie Nacht. Oh doch, wir würden auch. Aber. Was? Warum rede ich jetzt so komisch? Was ist denn? Ich weiß, warum Luigi als erstes hochgelevelt hat. Ich weiß. Ich weiß. Natürlich. Ich bin doch nicht vollgelevelt. Wisst ihr noch bei diesem einen Kampf, wo Mario gestorben ist? Und ich mit Luigi den Kampf zu Ende gemacht habe? Luigi hat die gesamte Erfahrung davon bekommen. Und jetzt hängt Mario zurück. Aber nein. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich eben stehen geblieben war. Und wie lange mache ich schon hier? Wie lange? Circa, warte. 17 Minuten könnte das hinkommen. Ihr könnt es checken. Ich nicht. Nur noch 18 Geld, ey. Ich fühle mich so mies. Na gut. Na gut. Ihr wollt es doch. Wie wird es bei einem steht? Tafel 1. Witzwein kann aus der Lachbeere gekeltert werden, die im Grinsewald wächst. Ja. Wie Witzwein entsteht Tafel 2. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. Gibt man einen Witz hinzu, produziert die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen. So erreicht der Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reise. Vater des Witzweins und erster Schlossherr in Vino Veritas. 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 Warte mal. Veritas. Ist das heißt... Ich mache Latein in der Schule. Deswegen weiß ich, in Vino heißt in den Wein und Veritas ist Wahrheit. Wenn man die Wahrheit in den Wein gibt, dann ist das doch ziemlich merkwürdiger. Ist das... Oh nein. Ach so, was liebe ich, ja. Ähm, wie war das? Muss ich nicht, ähm... Oh, das ist so kompliziert. Ja, ja. Ach nee. Euch müsste das jetzt so vorkommen, als könnte ich das hier alles auswendig oder so, ja. Geht's hier jetzt unten weg oder so? Nee, kann doch nicht sein. So fies sind die nicht. Was ist denn das? Geht's hier nach links? Ah, da geht's nach links. Oh, das muss wirklich so aussehen, als könnte ich das hier auswendig. Aber, ähm... Ich weiß noch, als ich... Ja, hier... Das hat eine ganze Weile... Was? What? Äh... Luigi? Hat dir... Warum... Oh, hat mich das gerade erschreckt. Na gut. Tut ja nichts zur Sache. Warte, das ist doch hier. Hier muss irgendwas sein. Hier muss. Ich bin nicht Paradoid, oder? Komm, jetzt so schnell. Schneller, schneller, schneller. Ach so, weiter runter. Entschuldigung, das hätte eben gerade nicht sein müssen. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, ja. Äh, ja. Gut. Ich wollte nur wissen, ob da hinten irgendwas ist. Ihr könnt das doch verstehen, oder? Ich bin so einer... Äh, ich will 100% haben. Uff, das war knapp. Claude, der Meisterdieb. Um ein Haar... Um ein Haar auf... Frischer Tat ertappen. Hey. Äh! Verdammt! Was? Oh, ich zeige ich's. Hey, Azubi, mach schon. Ja, Chef. Was? Herr Azubi, dein Auftritt, der Rot und der Grüne da. Mach sie fertig. Jawohl, Chef. Hey, äh, Bauda. Der Rot und der Grüne. Die zwei kenn ich doch irgendwo her. Was, Azubi? Du kennst die zwei? Ja, irgendwie freu ich mich total, die Nasen hier zu sehen. Aber dann diese ekligen Ortsbremsen. Äh. Diese fetten Bärte. Äh. Quatsch, keine Opern. Ihr seid doch hinter der legendären Cuvier. Extrem her. Genau wie ich. Hoho, ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So war ich der berühmte Meister, die Claude bin. Ich find die Cuvier extrem vor euch. Azubi! Auf sie! Oh. Welchen, welchen? Das ist böse. Mensch. Da waren gar keine Frames mehr. Das war einfach nur ein Standbild von dem. Cheater. Na, ding. Ham ich. Hau. Hau. Blah. Zurück. Brother. Oh. Claude oder Auzer? Bowser, Azubi. Ja, was macht der Bowser schon wohl? Claude. Was macht ihr mit meinem Chef? Ah. Oh. Das ist ja mies. Oh. Was ist denn das für ein Shit? Oh. Ein Schatz. Also viel Glück dabei, den Schatz umzusetzen. Hier. Schönen Dank. Na, was macht ihr jetzt mit meinem Chef? Ich mochte Hammer Bros in Mario und Luigi noch nie, ja. Tja. Hm, mein Chef. Oh. Bowser, äh. Luigi hat überlebt. Wunder überhaupt. Hm? Was macht ihr jetzt mit mir? Aber ich bin froh, dass dieser kleine, mieser Claude da weg ist. Der hat mir meine Sachen geklaut. Geklaude. Hier, 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 hier. Oh, ich bin so lustig. Geklaude. Oh, der Witz hat bestimmt schon jemand vor mir gemacht. Das fühle ich mich mies. Komm schon. Oh. Shit. Luigi. What's up with you? Der One-Up-Deluxe-Pilz regeneriert übrigens jemanden voll. Falls ich das noch nie gesagt hatte. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ja, wir sind wieder zusammen. Me. Da, 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 da. Da, 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 da. Also, Bowser, ich wusste gar nicht, dass du so viel aushältst, ey. Wieso? Warte. Hm. Ah, endlich. Extra, extra. Oh, tot. Hast ja grüner Pfeffer. Grüner Pfeffer. Azubi, was soll denn das? Ist das der Dank dafür, dass ich dich auf mich genommen hab? Hast du den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis was? Entschuldigung. Naja. Ist jetzt auch egal. Hier müssen wir nur die Kui-Kui-Extreme in die Finger kriegen. Kümmern wir uns nicht um diese Typen da. Azubi, los, Abmarsch. Ich mach mir meinen Pilz zurück, du Arsch. Grüner Pfeffer hast du gesagt. Oh, ich nehm schon wieder viel zu lange auf. Tja, dann mach ich vermutlich mal hier früher Schluss. Nein, 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 nein. Das ist ausgezeichnet. Also, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Zwei Bosse in einer Episode, wow. Das ist ja Luxus für euch. Ah, ja, dann bis zum nächsten Mal. Jetzt hab ich mich wieder mal gestreckt und ciao, ciao.